Musik Du bist mein einziger Trost und zur Verlohnung für deine Liebe, mein Herz, will ich jetzt ganz, wie besprochen, mein Testament aufsetzen. Ja, was hast du? Du bist ja ganz fassungslos! Weil ich merke, dass Sie einen ganz anderen meinen als ich. Nee! Da ich einen Grund habe, Sie bitte für diese Heirats! Das ist krank und schwach wie ich, wenn Ärzte in der Familie brauche! Guck! Dass dieser Puls der Puls eines Patienten ist! Der sich gar nicht wohl fühlt! Du willst um jeden Preis krank sein, der Welt und der Natur zum Trotz! Guck! 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 Guck!